Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KiCat-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Tutorial wollen wir mal einen kleinen Schaltplan zeichnen, an dem ich euch dann die weiteren Funktionen des Schaltplan-Editors erklären möchte. Ich habe hier schon mal KiCat gestartet, unser Tutorial 1, doppelt klick hier drauf oder auf den Schaltplan-Editor, wir sehen hier unsere Bauelemente, die wir schon mal platziert hatten, die kann ich jetzt entweder so markieren oder ich sage hier STRG A, dann sind die alle markiert und ich schmeiße die hier erstmal raus. Wir fangen also mit einem leeren Schaltplan-Blatt an. Wenn wir jetzt mal hier so einen Schaltplan durchs Rein- und Raus-Zoom irgendwo hin verschoben haben und nicht richtig sehen können, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können hier auf das mittlere Mausrad klicken und gedrückt halten und dann den gesamten Schaltplan verschieben. Also mittlere Maustaste oder das Scrollrad drücken oder ihr drückt die Home-Taste bzw. POS-1-Taste dann wird automatisch euer Schaltplan hier sauber in die Mitte einpositioniert. Egal wo der gerade liegt, das vielleicht noch als Hinweis. So, zum Schaltplan zeichnen gibt es ein paar Grundregeln. Signalfluss oder der Signalfluss wird immer von links nach rechts gezeichnet. Das heißt, auf die linke Seite vom Schaltplan kommen die Eingänge, auf die rechte Seite des Schaltplans kommen die Ausgänge und der Stromfluss oder die Spannungsgefälle wird eben von oben nach unten gezeichnet. Also Signal von links nach rechts, Eingang, Ausgang, Spannung, Strom von oben nach unten. Das bedeutet, positive Spannungen kommen immer in den oberen Bereich. Der Ground kommt entweder in die Mitte oder ganz nach unten hin. Oder wenn ich eine negative, positive Spannung und negative Spannungen habe, dann zeichne ich die positive oben, den Ground in die Mitte und die negative nach unten. Also von oben nach unten und von links nach rechts. Wir wollen jetzt eine kleine Kippstufe mal zeichnen. Dazu brauchen wir natürlich ein paar Symbole. Die fügen wir uns ein, indem wir auf die Taste A drücken. Dann kommen wir in die Symbolauswahl. Alternativ können wir das hier drüben über diesen Button erreichen, der hier rechts jetzt gerade auch blau unter Licht ist. Und wir brauchen als erstes mal wieder ein paar Widerstände. Dazu geben wir R für Resistor ein. Und wir können jetzt hier sagen, das ist unser normaler Resistor, den wir brauchen. Und da sagen wir Enter und schon hängt der hier dran. Dazu brauchen wir insgesamt mal vier Stück. Die lege ich mir jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Als nächstes machen wir wieder hier die Taste. Beenden wir. Den können wir rausschmeißen. So, dann nehmen wir hier wieder die Taste A. Wir brauchen jetzt zwei LEDs. Da können wir hier L für Induktur eingeben. Wir brauchen aber eine LED. Und dann sehen wir hier, gibt es schon verschiedenste LEDs als Arrays. Wir nehmen hier gleich die erste. Das ist also unsere LED. Die legen wir auch mal hier oben zwei Stück ab. Mit Escape beenden wir. Jetzt können wir wieder hier reinklicken oder die Taste A drücken. Je nachdem. Jetzt brauchen wir Kondensatoren und zwar zwei Elektrolytkondensatoren. Kondensator ist im englischen Kapazitor. Da haben wir hier den C. Und wir sehen, dass wir jetzt hier einen normalen C haben. Wir brauchen aber einen Elektrolytkondensator, einen Polarized C. Das ist dann hier dieser. Das ist dieses Symbol. Oder alternativ den C-Polarized Small. Der hat den Vorteil, dass der von der Zeichengröße her etwas kleiner gezeichnet ist. Also das Symbol hier ist größer wie dieses. Small hat den Hintergrund, wenn ich viele Elektrolytkondensatoren in meinem Schaltplan habe, dann sollte ich das Small nehmen, spare ich mir ein bisschen Platz auf dem Schaltplanblatt. Ich kann auch hier mit Wildcards arbeiten. Ich kann jetzt hier eingeben, zum Beispiel C-Sternchen Small. Dann sehen wir hier unten diesen C-Small bzw. den C-Polarized Small. Also ich kann hier mit Wildcards arbeiten, wenn ich mal eine Bezeichnung von einem Symbol nicht genau kenne. Dann sagt er jetzt hier C-Sternchen. Das fängt dann natürlich an hier mit Crystal, Unterstrich bis Small oder eben dann hier unser C-Polarized Small. Wenn ich also mal ein Symbol von der Bezeichnung nicht genau kenne, kann ich hier durchaus auch mal mit so einem Wildcard-Zeichen arbeiten. Wir nehmen also mal hier den Small, legen den auch zweimal ab. Davon brauchen wir zwei Stück. Dann sagen wir hier wieder Escape. Solange unser Cursor noch dieses Auswahlsymbol für die Symbole zeigt, können wir jetzt einfach hier ins Leere klicken und wir kommen wieder in unser Auswahl-Dialog. Und jetzt brauchen wir hier noch zwei Transistoren. Da brauchen wir einmal einen, oder ich möchte euch einmal zeigen, die beiden Transistoren sind BC548 und ich möchte euch aber zeigen, es gibt zwei Wege, wie man Transistoren zeichnen kann. BC548, den haben wir hier drin. Wir sehen jetzt hier, das ist also ein NPN-Transistor, der ist hier schon der passende Footprint, der TU92 unterlegt, hier unten. Den füge ich jetzt einmal ein, lege mir den also mal ab, breche jetzt hier mal ab und gehe wieder mit der Taste A in meinen Auswahl-Dialog. Jetzt gibt es ja unwahrscheinlich viele NPN-Transistoren und es kann ja durchaus mal sein, dass die Bezeichnung hier nicht in den Symbolen hinterlegt ist. Also könnte es sein, dass es ein BC548 irgendwas gibt, der jetzt hier als Symbol nicht unmittelbar hinterlegt ist. Ihr wisst aber, dass das zum Beispiel ein NPN-Transistor ist, dann haben wir hier einen NPN, kann ich das einfach eingeben. Dann sehen wir das jetzt hier als Device. Und das ist also jetzt ein blankes Symbol, ist im Prinzip genauso wie der BC548 von gerade eben, nur dass eben hier kein Footprint hinterlegt ist. Wir sehen aber, es ist trotzdem hier ein NPN in der Belegung BCE, also hier B, C und E. Und die gibt es natürlich auch anders, kann ich jetzt hier entsprechend anderweitig belegen, C, B, E, je nachdem. Wir nehmen aber jetzt mal den hier oben, 1, 2, 3, B, C und E. Im Uhrzeigersinn beschriftet und den lege ich jetzt mal hier hin. Aus dem machen wir nachher mal einen BC548. Oh, ich sehe schon, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, der ist anders belegt. Dann nehmen wir den hier wieder raus. Ja, auch ich bin nicht fehlerfrei. Gehen wir nochmal rein. Also wir nehmen nochmal unseren NPN. Und dann müssen wir nochmal kurz schauen. 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen den hier, so CBE. So, das ist jetzt also einmal ein BC548 mit hinterlegtem Footprint und ein NPN. Aus dem machen wir nachher ein BC548, zeige ich euch noch. So, jetzt wollen wir hier ein bisschen zeichnen. Wir brauchen natürlich noch einen Connector. Wir wollen ja die ganze Schaltung mit Spannung versorgen. Da gehen wir hier nochmal rein. Einen Connector, im Englischen CNN, können wir so schreiben. Und wir nehmen jetzt hier einen sogenannten Pin-Socket. Und zwar nehmen wir so einen zweipoligen, wir brauchen ja Plus und Minus. Den legen wir jetzt mal hier direkt auf die Seite. Den haben wir dann hier unsere Spannungsversorgung. Und dann fangen wir mal an. Ich beende das Werkzeug. Ich bewege mal hier meinen Transistor etwas nach unten. Jetzt kann ich diesen Transistor, der muss also jetzt diese Basis hier, muss nach rechts. Ich kann den jetzt entsprechend spiegeln. Das kann ich hier über den, über den, über das Kontextmenü machen, indem ich jetzt hierher gehe und den hier so rumdrehe. Das kann ich auch hier oben machen, über diese beiden Buttons. Wir sehen, ich kann den jetzt einmal in dieser Linie spiegeln, so oder in dieser Linie, je nachdem, wie ich hier oben drehe. Oder ich kann auch das mit X und Y machen. Drehen wir den wieder so nach unten. So brauchen wir den in dieser Lage. Den anderen ziehen wir uns gleich mal hier so in etwa in dieselbe Flucht. Dann benötigen wir hier oben drüber unseren Widerstand. Den legen wir mal etwas oberhalb hier vom Connector hin. Wir sehen, durch das fadenfüllende Fadenkreuz kann ich den jetzt gleich so legen, dass der in Flucht, hier in senkrechter Flucht zum Transistor liegt. Dann geben wir her, diesen Transistor legen wir hier gleich daneben, auch passend in die richtige Flucht. Das gleiche tun wir hier mit dem Transistor hier hinten und auch diesen hier legen wir hier so einigermaßen sauber mit ab. Dann brauchen wir die LEDs, die erste. Ich klicke sie an, kann die jetzt hier ziehen, indem ich Maustaste gedrückt halte oder eben die Taste M drücke. Dann hängt die hier an der Maustaste. Mit der Taste R rotieren wir das Ganze bei Element, sodass sie hier in dieser Stromflussrichtung nach unten liegt. Das gleiche tun wir hier mit dieser LED. Taste M drücken, heranziehen, Taste R drücken, schön in der gleichen Flucht ablegen. Wir sehen, jetzt sitzen die hier in dieser Flucht gleichzeitig und hier zum Widerstand. Und dann brauchen wir noch unsere beiden Elektrolytkondensatoren. Die drehen wir auch nochmal ein in diese Richtung, legen den mal hier oben zu diesem Widerstand. Und den Kameraden hier brauchen wir auch noch mit der Taste M, bewegen wir den. Dann drehen wir den noch mit der Taste R, legen den jetzt hier in etwa in der gleichen Flucht ebenfalls ab. Und dann haben wir erst mal unsere Bauelemente einigermaßen vernünftig gezeichnet. Jetzt liegt also unsere Elemente schon mal so, wie wir unsere Wires zeichnen können. Dann haben wir hier drüben den sogenannten Linienmodus. Den möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Ich fange hier mal mit diesem freien, beliebigen Linienmodus an. Den empfehle ich nicht zum Zeichnen. Denn ich könnte jetzt, wenn ich jetzt hier mit W oder mit diesem Button das Zeichenwerkzeug auswähle, könnte ich also jetzt hier zeichnen, könnte jetzt hier jeden x-beliebigen Winkel zeichnen und meine Bauelemente hier anschließen. Wir sehen, dass das so alles andere als schön aussieht. Deshalb gehen wir hier mal wieder zurück. Nur, dass ihr es mal gesehen habt, diesen Zeichenmodus empfehle ich nicht. In normalen Schaltplänen haben wir immer diesen Zeichenmodus im 90-Grad-Winkel. Das ist dieser Button hier. Das heißt, ich kann also nur vertikal und horizontal zeichnen. Und alternativ kann ich hier noch die Variante mit den 45-Grad-Winkeln zeichnen. Die nehme ich jetzt auch mal hier. Normalerweise zeichne ich immer hier im 90-Grad-Winkel, also waagerecht, senkrecht. Ich nehme aber mal hier den 45-Grad-Winkel, weil in meiner Vorlage sind hier auch zwei Zeichnungen oder zwei Linien mit 45 Grad drin. Und das möchte ich euch an der Stelle mal zeigen. So, wir gehen hier drauf. Wir verbinden einmal hier. Dann klicken wir einmal, dass wir hier diesen Punkt fixieren. Gehen mal nach oben. Bleiben dann hier oben gerade. Klicken, fixieren diesen Punkt. Fixieren diesen Punkt. Das hatte ich schon gezeigt, dass wir hier durchzeichnen können. Und schließen mal hier unten an. Wir sehen, jetzt werden hier automatisch diese Elemente alle verbunden. Dann gehen wir mal als nächstes von hier nach hier. Zeichnen dann von diesem Punkt hier wieder Ecke fixieren. Hier gerade nach oben. Wir bleiben gleich in der Flucht von dieser Höhe. Fixieren wieder unseren Punkt. Gehen dann nach hier rechts. Wieder diesen Punkt fixieren mit einmal Linksklick. Und zeichnen hier wieder gleich nach unten. Dann wird das alles automatisch verbunden. Nächstens anklicken. Klicken, ablegen. Es wird hier automatisch ein Junction gezeichnet. Eine Verbindung zu diesem Punkt. Also Wires kann ich hier verbinden, indem ich hier auch draufklicke. Dann wird das automatisch verbunden. Hier gehen wir wieder nach oben. Legen das hier oben ab. Jetzt haben wir diese Verbindung. Und jetzt müssen wir hier über Kreuz unsere Basen verbinden. Dazu gehe ich jetzt mal hierher. Gehe jetzt hier bis hier auf diese Höhe. Jetzt gehen wir hier mal schräg nach oben. So, jetzt kann ich hier diesen 45 Grad Winkelmodus anzeichnen. Mache das einmal hier dieser Verbindung. Und dann hier die Basis auf diese Seite. Wenn ich klicke, wird das hier fixiert, dieser Punkt wieder. Dann bleibt meine Schräge stehen. Und jetzt hätte ich hier diese Überkreuzung. Genauso wie das in der Vorlage auch dargestellt ist. Dann haben wir noch unseren Ground. Dann gehen wir hier nach unten. Den zeichne ich jetzt wieder gerade. Lege das entsprechend ab. Und ich lege auch hier ab. Beende das Werkzeug. Jetzt haben wir noch eine Verbindung hier oben. Das müssen wir noch schließen. Dann gehe ich hier wieder auf Wire. Ich kann jetzt auf diesen Punkt hier klicken. Und lege das hier rüber. Und dann werden die auch beide verbunden. Mit Linien oder mit diesen Verbindungslinien kann ich das machen. So, jetzt sehen wir, dass unser Schaltplan erst mal gezeichnet ist. Jetzt möchte ich euch noch ein paar bisschen Funktionen zeigen. In diesem Video, wie man hier noch etwas Kosmetik betreiben kann. Als erstes sehen wir mal, diese Linie ist nicht in Flucht zu dieser Linie. Jetzt kann ich also mit meiner Mauszeiger, ich muss hier im Auswahlmodus sein, kann ich hier also mit Mauszeiger drauf gehen, drücke jetzt die Taste G für ziehen und kann jetzt hier dieses Element ziehen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ihr seht schon, ich kann hier schnell was verschieben. Seid bitte vorsichtig mit der Taste G, denn manchmal führt das auch zu ungewollten Verbindungen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich möchte es aber hier trotzdem mal zeigen. So, dann schieben wir mal unseren ganzen Schaltplan noch ein bisschen zusammen. Das heißt, ich nehme jetzt mal diese beiden Elemente, sage jetzt, ich drücke hier die Taste G und wir sehen, jetzt wird das hier nach unten, mit nach unten geschoben. Das geht also jetzt schief, hier breche ich mal ab. Deshalb nehmen wir jetzt diese andere Markiermethode. Ja, ich darf nämlich hier nur die Widerstände bewegen. Ich sage jetzt G und ziehe die mal hier noch ein bisschen nach unten. Das gleiche machen wir hier mit den LEDs. Schieben wir auch noch ein bisschen ran. Dann machen wir das hier wieder mit diesen beiden Bauelementen. Ich achte über mein Fadenkreuz hier, dass die schön in einer Flucht liegen. Dann machen wir das auch noch hier mit der Halt, abbrechen. Dann machen wir das hier noch mit der LED. Immer die Taste G drücken, dann kann ich das eben entsprechend ziehen. So, jetzt haben wir hier oben noch die Verbindung. Dann können wir diese anklicken, schieben die hier nach unten. Dann nehmen wir die noch mit. Ziehen das mal noch ein bisschen nach unten. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man ein bisschen Übung haben. Dann nehmen wir hier diese Linie, ziehen die nach unten. Und ziehen auch diese Linie hier nochmal etwas nach unten. So, damit habe ich euch gezeigt, dass wir hier mal ein bisschen Kosmetik betrieben haben. Jetzt könnte ich hier, machen wir noch folgendes. Wir nehmen nochmal diese Elemente. Und ich ziehe die mal hier ein bisschen nach links. Ich mache das auch mit diesem Element mal noch, dass wir hier nicht ganz so auseinandergezogen sind. Und so kann ich also meinen Schaltplan etwas zusammenschieben, um einfach ein bisschen auch Platz zu sparen auf meinem Schaltplan. Dann legen wir hier mal noch den Connector ein bisschen in die Mitte. Mit der Taste G hier wieder mittig rein, dass das einigermaßen vernünftig aussieht. Das soll es erst mal gewesen sein zu diesem Schaltplan. Wir machen den dann weiter, beschriften den, legen hier ins Netzklassen an. Aber das erst mal dazu. Dann wünsche ich viel Spaß beim Zeichnen. Das ist eure nächste Aufgabe, dieser stabile Kippstufe hier zu machen. Also, ich mache das mal. Vielen Dank.